Schaffen Sie sich im Nu Ihre eigene kleine Wellness-Oase. Dieser hochwertige Ultraschallzerstäuber steigert Ihr Wohlbefinden mit aromatisierter und befeuchteter Luft. Der kleine Vulkan sorgt als Ionisator, Luftreiniger, Ultraschallzerstäuber, Luftbefeuchter und LED-Lichtspiel für ein perfektes Wohlfühlambiente. Der Diffusor ist schnell einsatzbereit. Füllen Sie Leitungswasser und einige Tropfen wasserlösliches Aroma ein. Setzen Sie die beiden Trichter wieder auf den Tank und schalten Sie das Gerät ein. Während der Zerstäuber nun ohne Erhitzen oder Verbrennen der Duftstoffe einen wohlriechenden Duft verbreitet, rundet die LED-Beleuchtung das Gesamtbild mit einem schönen Lichtspiel ab. Übrigens, der Ultraschalldiffusor bereichert die Atemluft mit negativen Ionen und steigert so die Konzentrationsfähigkeit. Er sollte an keinem Schreibtisch und in keinem Büro fehlen.